Einen wunderschönen guten Abend liebe Rando-Fans, wir dürfen euch hier heute zu einem unserer letzten Viertelfinal-Races begrüßen. Spiel 3 zwischen Aerior und Divi Science geht um den Einzug ins Halbfinale des deutschen Link to the Past Randomiler Qualifier-Turniers für Speedgaming-Live-Event. Mein Name ist der Bigfoot, ich darf an meiner Seite beim Commentary heute Dinsaphir begrüßen. Wunderschönen guten Abend! Ja, das dürfte heute sicherlich eine sehr interessante Sache sein. Beide haben jeweils schon einen Race gewonnen, also hier einen Sieger vorherzusagen, fast unmöglich. Das stimmt und bevor wir es vergessen, unser heutiger Tracker ist Roti. Vielen Dank dafür auch. Ganz genau, unsere Tracker, die halten uns hier am Leben sozusagen, unterstützen uns, wo es immer nur geht, damit wir uns aufs Reden konzentrieren können. Genau. Ja, und wir warten darauf, dass es losgeht, was jede Minute der Fall sein müsste. Beide haben schon einen erfolgreichen Gesicht hinter sich und jetzt geht's ums Ganze und da laufen sie los. Ganz genau. Oh, und das ist ein Feind. Hier haben wir die Flöte gleich als erster Fund. Das ist natürlich wunderbar. Wow. Ja, das öffnet tatsächlich nicht besonders viel am Anfang, außer, dass es den Berg schon mal in Logik bringt, mit einem Check in Logik und einem nicht in Logik, in einem, den man sich angucken kann. Ähm, aber es ist natürlich sehr schön, wenn man zum ersten Mal nach Kakeriko geht, dann gleich die Flöte mit aktivieren zu können. Ja, es macht den restlichen Seed deutlich schneller, weil man viel flexibler hin und her fahren kann. Fahren sag ich schon, fliegen. Aber... Ja, genau. Ähm, wir haben auch dann das übliche Save and Quit wahrscheinlich dann nach dem, äh, nach dem Race-Game nicht mehr, sondern dann flötet man einfach runter zum Damm. Ja. Noch eine schöne Sache, die Busch-Cover hat 20er Rubine. Und das, äh, ja... Half-Magic gewesen, glaub ich. Das war Half-Magic, das ist, naja, nicht schön eigentlich, weil Half-Magic möchte man schon eigentlich ganz gern mal irgendwann finden. Von daher, aber für Half-Magic werden wir hier kein Ager machen. Also, dass wir das nochmal sehen heute, das ist unwahrscheinlich. Außer, dass wir den Ager Seed noch. Ja, aber dann müssten wir ja auch zusätzlich noch die Boots finden und hier nochmal in der Gegend sein. Also, äh, ich glaube nicht, dass wir es sehen werden. Nein, also, ich glaube es auch nicht, aber wir wissen nicht, was der Seed noch an Gemeinheiten bereithält. Ah! Ja. Im Wald heute tatsächlich nur zweimal, äh, zweimal rote Rubine. Äh, zusammen mit der Busch-Cover haben wir beide schon jetzt echt viel Geld. Das ist durchaus sehr angenehm. Ja, selbst wenn sie jetzt keine Bomben finden, könnten sie welche kaufen und den Bottelwender können sie auch bezahlen. Das ist ganz angenehm. Ganz genau. Genau. Aber es sind ja seit einiger Zeit schon sehr viel mehr Bomben im, äh, in den Items dabei, seit es die Bomb-Upgrades nicht mehr gibt. Äh, von daher ist es relativ wahrscheinlich, hier irgendwo Bomben zu finden. Ach, du meine Güte. Erstmal gibt's den Spiegel. Ja. Und das heißt natürlich, das heißt natürlich, dass wir schon, äh, zwei Items in Hera checken können. Mindestens zwei Items. Ja. Äh, beziehungsweise mindestens zwei Locations in Hera. Ja, und Divi geht hier auf Sicherheit und nimmt auf jeden Fall einmal Bomben mit, bevor er dann da doppelt rein muss, weil er vorher keine hatte. Ja. Er hätte jetzt hier, äh, im Prinzip noch einige Checks gehabt, aber nur einen, mit einem Bottelwender. Ach, guck mal. Also Geld sollte ja heute hier echt kein Problem mehr sein. Jetzt ist die Frage noch, wird es noch die Flippers geben? Sollen sie auch zu Zora gehen, oder gibt's die einfach so, die ganzen Urbine? Tja. Ja, und auch Eri holt sich die Bomben. Ja, gut, bei der Menge Geld. Klar, wenn man so viel Geld hat, dann macht man das. Und Eri wird jetzt hier auch gleich nochmal richtig Kohle finden. Eri ist damit schon um 30 Rubine an Zora Geld ran. Natürlich muss er einen Bottelwender noch bezahlen, der heute auch nur 20% Refund gibt, aber trotzdem, ähm. Das scheint mir ein gutes Geschäft, was der Mann da führt. Der sollte mir sein Geheimnis verraten. Ja, das Geschäftsmodell würde ich jederzeit auch machen. Ja. Da hätte ich nichts gegen. Vielleicht hat er ja so ein geheimliches Pyramidenschema oder sowas. Aber wenn ich's richtig sehe, haben wir bisher irgendwo schon Bomben gefunden. Also bisher war der Kauf auch nötig von den beiden. Ja. Ja, und zumindest Blindside-Out ist bisher ziemlich leer. Und auch hier, ach guck mal, da wären einmal Bomben gewesen. Uh, dein Schwert. Das ist angenehm. Aber ansonsten waren hier die sonst ziemlich Items-dichten Locations in Kakariko eigentlich ziemlich leer. Naja, sie haben die Flöte, jetzt muss das Heat ja auch gemeint werden. Ja, ja. Wir hatten gerade einen kurzen Map-Check. Wir haben zwei normale Crystals in Eastern und Hera gehabt und ein rotes Pendant im Desert, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich behaupte einfach, du hast das richtig gesehen. Ja, unser Tracker hat's nämlich auch so gecheckt. Von daher werde ich da schon halbwegs recht gehabt haben. Noch sich auch keine Beschwerden im Chat. Ja. Ja, und ich vermute jetzt tatsächlich, dass wir jetzt hier noch die Library und den Race-Game-Check bekommen. Oder? Nee. Divi flötet sofort weg. Der lässt das hier komplett. Und geht direkt zum Damm runter. Klar, mit der Flöte macht das auch durchaus ein bisschen Sinn. Aber das ist natürlich jetzt schön. Wir müssen nur einmal hier rein. Wir können... Ach ja, der Luxus des Spiegels. Stimmt. Ja, ganz genau. Wir haben den Luxus des Spiegels. Und Erya wird tatsächlich hier die Library und das Race-Game noch checken. Da liegt noch mehr Geld auf der Library. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht sehen. So viel Geld, wie wir schon haben. Unwahrscheinlich, ja. Und Divi lässt die Liebe auch ein bisschen liegen. Und auch Erya möchte nicht die Liebe vom Race-Game haben. Ja, das braucht man jetzt eigentlich nicht. Wir haben schon ein bisschen Herzen gefunden. Ja, fünf Herzen sind genug. Damit können die zu Garnen gehen. Nein, das soll doch nicht. Naja, also wenn man dran denkt, im Spoiler-Lock, da gibt es durchaus einige Spieler, die das machen, mit fünf Herzen zu Garnen. Jeder, wie er mag. Aber ich denke, die werden unterwegs noch ein paar Herzen einsammeln. Das wäre schon sehr seltsam. Und da gibt es eine Flasche, sehr schön. Ja, und dazu auch den Pilz. Oh ja. Der ist ja natürlich mit der Flöte jetzt relativ gut zu checken. Und Divi scheint das auch gleich anzugehen. Lässt den Ice-Rod-Cave also liegen. Nee, Divi geht auf den... Doch, nee, geht doch hier. Ja, geht zur Hexe auf jeden Fall, ja. Ja, es ist einfach mit der Flöte ein super schneller Check. Wo ich das gerade sehe mit der Fee. Divi hat da auch schon eine Fee bekommen bei den Mini-Moldorms. Sind auch die Drops synchron bei so einem Race? Ich weiß das gar nicht. Die Gegner haben die gleichen Item-Packages, also Price-Packages. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass... ähnliche Drops zu kriegen. Weil ich glaube, jeder Gegner droppt mit 50% Chance irgendwas. Wenn beide halt in der Höhle vier Gegner töten, haben sie am Ende eine relativ gute Chance, dass irgendwann die Fee kommt, weil die relativ früh in dem Price-Pack drin ist. Übrigens hattest du dir doch die Flippers gewünscht, oder? Ja, ich habe sie gerade eben schon bei den Ausführungen bei Divi bestaut. Der Pilz hat sich also belohnt. Da haben wir auch noch einen Hookshot in der Ice-Rod-Cave. Oh, wow. Wenn wir Dark-Welt-Akkers haben, ist der Swamp offen. Oh, wow. Dann werden wir aber die Half-Magic garantiert nicht mehr sehen. Das ist dann... So, ich glaube, Erior hatte gerade das Thicket gecheckt. Das habe ich aber nicht gesehen, was das hatte. Aber da auf dem Tracker nichts erscheint, scheint das nichts Wichtiges gewesen zu sein. Ja. Und Divi entscheidet sich schon mal für den ersten Tag rum. Ja, ich meine, wir haben jetzt den Hookshot, ja? Und den Spiegel. Damit ist auf dem Berg so viel Kram offen, was man jetzt machen kann. Der Berg ist einfach die nächste logische Stelle. Und Eri lässt aber erstmal seine Flipper liegen und geht direkt auch auf den Berg. Ja... Der Pilz ist zwar ein schneller Check, aber nicht jeder macht den dann auch sofort. Das, äh... Ja. Kann man auch liegen lassen. Ja, mit der Flöte können sie ihn auch jederzeit wieder reinrouten. Da geht's ja direkt hin. Genau, das ist schnell gemacht. Ja, und danke an den Chat, äh, das Thicket hatte wohl nur ein Herzteil. Also, nichts... Ah, diese Liebe. Nichts Weltbewegendes. Er gibt dir ein Stück von dem Herz und du sagst nichts Weltbewegendes? Ich weiß nicht. Wenn, dann will ich alles oder gar nichts. Wenn, dann muss es schon ein ganzes Herz sein. Oh, und Divi muss aufpassen. Das war knapp. Halbes Herz hier nur. Oh, 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 oh. Schafft's gerade in die Höhle noch rein. Aber er wurde da mehrfach gedeadrockt. Ja, das tut schon sehr weh. Und auch Eri kriegt da richtig Schaden. Ja, Maccabages, die tun ordentlich weh. Das ist, äh... Und sie sind auch immer genau da, wo man hingeht. Ich glaube, das sind Magneten für den Spieler. Ich bin mir da sicher. Da habe ich auch schon die irrsesten, äh... RNGs gesehen. Was die Cabbages angeht. Ja, und Divi, ja, beim Dead Rocken, da ist er gut. Das kann er. So, jetzt werden wir hier die Paradox Cave sehen. Sieben Checks, relativ dicht beieinander. Und auch hier mit dem Spiegel sehr schön direkt von unten rein. Man kann den Block auflösen. Schon nett. So, unten war nicht wirklich was drin. Mal gucken, was wir jetzt hier oben finden. Ich vermute, dass die Mondperle hier irgendwo ist. Ja, ich vermute, die Mondperle hier irgendwo auf dem Berg. Ja, aber auch hier Paradox Cave ziemlich leer. Vielleicht liegt die Mondperle aber auch auf den Flippers. Ja, das kann auch noch sein. Also, ganz interessanterweise, die ganz großen... Die Location sind große Items dicht. Also, die Quelle in Kakariko, Blinds Hindout. Und auch hier Paradox Cave. Und bis zu einem gewissen Grad auch die Mini-Muldom Cave. Die hatten nicht wirklich was. Okay, in der Mini-Muldom Cave lag eine Flasche und der Pilz. Und hinter dem Pilz natürlich dann die Flippers. Aber trotzdem, das ist eigentlich nichts, was man da so gerne sieht. Da möchte man eigentlich dann schon eher was haben. Was anderes. Die Items, die wir haben, die lagen bisher ein bisschen anders. Also, die lagen dann eher an so Einzelpositionen. Ja, aber dafür ist es ja auch ein Rando und kein Wünsch dir was. Wir wollen ja ein bisschen Spaß haben. Spaß. Das ist ein Race. Wie geht's um was? Okay. Da werden ab jetzt überall Items liegen. Alles klar. Wir schreiben dann schnell um im Seed. Ja, gut. Ja, was macht man jetzt? Ich meine, Erwe hat seine Flippers noch nicht. Ja gut, aber er kann erstmal hoch noch Richtung Tower of Hera gehen. Wir haben zwar noch keine Feuerquelle. Daher kann ein Hera relativ schnell Schluss sein. Obwohl, nee, wir haben den Hookshot. Also, Hera-Pod ist offen. Also, Hera, da ist durchaus einiges machbar. Ach ja, der Hera-Pod. Ganz genau. Ja. Und, äh, ja. Die Vee, ja, der macht jetzt seine Flipper-Checks, wie es aussieht. Ja gut, er hat die Flippers. Er hat gesehen, auf dem Berg liegt nicht viel. Genau. High Deer Island ist auch wieder nur ein Herzteil. Dass er auch nicht mitnehmen wird von gutem später. Diese Runner brauchen keine Liebe. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was im Spectacle Rock drin liegt. Aber da Erwe nicht reingegangen ist, nehme ich mal an, dass es nichts Wichtiges war. Oh, das waren nette 50 Rubine vom Hobo. Damit hat Divi jetzt auch das Geld nicht nur für Sora, sondern auch noch für Pod übrig. Das war ganz angenehm. Hm. Wo hat Eri denn mehr Geld gefunden als Divi? Puh. Ich glaube, Eri hat am Anfang einmal mehr Bushcrab gefarmt und hat dadurch, äh, hat dadurch, ähm, 80 Rubine mehr gekriegt. Ah, okay. Das kann sein, ja. So, Hera hatte einen frühen Vicky und bei Divi werden wir jetzt hier die Waterfall Cave sehen. Und der Chat sagt, wir können gar nicht gesehen haben, was drin lag, weil Eri hat gar nicht reingeguckt. Oh ja, wusch. Dann. Was es gibt. Aber Waterfall Cave ist wichtig, da liegt nämlich ein Handschuh drin. Also, sollte Eri ja möglichst bald mal in Richtung seiner, seiner Flippers gehen. Die sind Pilzloswerden, diesen furchtbaren. Genau. Und noch kein Item in Hera, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder war in der Chest unten im Erdgeschoss was. Weil das hieße jetzt, dass wir eins auf, äh, auf Mulder und eins im Keller hätten. Ja. Tja, und Sora ist mal wieder die King aller Scams mit nur 10 Pfeilen. Wobei ich gar nicht weiß, ob er die Truhe im Erdgeschoss geöffnet hat oder nur den Hierapot aufgesetzt hat. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass er die Truhe geöffnet hätte. Ich auch nicht. Der Chat sagt auch, er hat das Erdgeschoss nicht geöffnet. Ah, okay, gut. Da ist reiche Nummer 1 schonmal. Das ist auch interessant. Ein Buch im Tower of Hera. Na gut, und mit den Gloves macht natürlich Divi jetzt erstmal das Back of Escape. Auch drei sehr schnelle Checks, wenn man einen Glove hat. Noch mehr Geld. Uh, und der Hammer. Oha. Okay, also wir hoffen, dass Eri sehr bald seinen Pilz abgibt. Ja. Da scheint momentan so ziemlich alles hinter zu hängen. Oh, und auf dem Ether Tablet liegt ein Schild. Ah ja, ja. Also das werden wir heute garantiert nicht wiedersehen. Da sind Runner froh, wenn sie es nicht holen müssen. Ja. So, jetzt sehen wir noch Inside von Spectacle Rock. Da liegt auch noch ein Red Potion. Ah. Zu viel Umweg für Eri. Eine Flasche reicht völlig aus. Die könnte er sogar befüllen, wenn er jetzt... ...seinen Pilz abgeben sollte. Könnte er sogar direkt mit einem Einkauf verbinden, falls ihn danach isst. War da nicht so eine Green Potion drin in dem... ...in der Bottle? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, vielleicht ist es eher das Gefühl. Du hast recht. Ja, Green Potion. Ja, aber das ist jetzt gut für Eri. Er gibt jetzt hier auch seinen... ...ääh... ...Filz ab und wird jetzt auch gleich seine Flippers haben. ...die ihn dann zu Handschuhe und Hammer führen. So, ich konnte überhaupt nicht... Was ist bitteschön die Bunny-Form von Dibi? Ein grünes Köpfchen? Oh, da habe ich gerade nicht drauf geachtet. Also, falls jetzt jemand weiß, was das war... ...ich habe es nicht erkannt. So, ganz interessant. Wir haben jetzt nur noch relativ wenige Checks, die tatsächlich in Logik sind. Obwohl, nee, ein paar mehr sind es doch noch. Wir haben noch Sascha, wir haben noch Eastern, wir haben noch Desert, weil durch das Buch ist das offen. Wir haben auch noch Front of Escavers, doch noch einiges offen. So, und ich überlege gerade, vielleicht ganz kurz, haben wir bei Eri einfach verpasst, dass er dieses zweite Checks geöffnet hat. Denn im Erdgeschoss war tatsächlich ein Herzteil, damit sind beide Items aus Hera raus dann. Und man muss nicht ins Basement gehen, wir haben gerade das Item bei Dibi nämlich sehen können. Dann haben wir es einfach verpasst. Das kann gut sein. Immerhin etwas. Wir haben sowieso noch keine Feuerquelle, also das Item wäre sowieso noch nicht erreichbar. Genau, aber ja, also ich hoffe einfach, dass Eri weiß, dass da auch keins mehr liegt und wir einfach nur übersehen haben, dass er die Checks doch noch öffnete. Ja, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er sie nicht geöffnet hat. Weil wenn man schon nach hinten geht, um den Herapod zu machen, dann kommt man ja an der Checks praktisch vorbei. Ja. Wir haben es wahrscheinlich einfach nur verpasst. Sehr gut. Wir brauchen jetzt auch noch einen Tracker, der uns trackt, welche Ton geöffnet wurden. Dafür haben wir einen Chat. Ach so. Ja, 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 wir können nicht alles. Okay. So, jetzt wird Erio sich auch seinen Hammer aus dem Back of Escape holen. Wir haben auch den Onkel noch nicht gesehen, fällt mir gerade ein. Ja, wir haben noch gar nichts aus dem Castle gesehen, abgesehen hier vom hinteren Ende. Genau. Ja, und der Trolldorm ist heute gnädig. Oder unsere Spieler besonders gut. Vermutlich eher beides. Ja, wir haben aber auch nicht mehr viel drin im Castle, weil wir haben weder den kleinen Schlüssel noch die Karte gesehen bisher. Also da sind nur noch zwei Items drin. Aber Erio scheint es jetzt holen zu wollen. Er wird jetzt Onkel machen auf Front of Escape. Insgesamt vier Items liegen da noch. Ja, weil auch wenn es nicht viele sind, wir haben in diesem Seat gesehen, die Orte, wo viele Items liegen können, sind total mager. Also vielleicht so viele Orte haben wir nicht mehr. Ja. Ja, und danach bleibt uns dann noch, entweder Desert zu machen ohne Feuer. Ach du meine Güte. Der Onkel und sein Gehstock, ne? Ach. Ach, hey. Ja, und wenn Divi jetzt hier tatsächlich ein Desert, irgendwas findet, dann kann das, zum Beispiel die Moonpearl, damit hätte er nämlich Darkhold Access, dann kann das ewig dauern, bis er zum Onkel geht. Ja, das stimmt. Ja, nie die Familie vergessen. Ah. Das reicht sich. Familie ist wichtig. Ja. Aber ich sehe schon, der Shad hat auch ein gespaltenes Verhältnis zum Onkel. Wer hat das nicht? Ich meine, irgendwer muss ja da schwarze Schafner-Familie sein, ne? Ja. Wobei, Eri ist hier heute ganz schwarz angezogen, also eigentlich müsste er das sein. Deswegen hat er den Stock ja auch geklaut. Ah ja. So, da ist der kleine Schlüssel. Ja, Eri hofft jetzt, dass jetzt hier unten noch zwei Items sind, damit er nicht noch ins Darkcross muss. Ja. Aber immerhin, Divi holt sich auch seinen Gehstock ab. Das ist schon mal gut. Aber Divi ist jetzt nicht nach Desert reingegangen, obwohl er das Buch hat. Das ist ja auch interessant. Er macht Agina und geht nicht nach Desert rein. Na gut, wir haben keine Feuerquelle und keine Boots für Desert. Von daher kann man da ziemlich schnell gelockt sein, aber... Ja, okay. Wenn man schon da ist, könnte man zumindest mal... Ah. So, und jetzt ganz kurz für mich. Eri konnte den Schlüssel liegen lassen, weil er von der Vorderseite aus quasi ins Darkcross ohne kleinen Schlüssel gehen kann, oder? Ganz genau. Der kleine Schlüssel wird dann nur gebraucht, um vom Darkcross nach hinten zu gehen. Ja. Und das muss er ja nicht mehr hinten, war er schon. Also konnte er den kleinen Schlüssel da liegen lassen. Ja. Aber dadurch, dass da gerade die Karte in der Kiste war, haben wir jetzt hier ein Item und im Darkcross. Und noch mehr Geld? Ja. Wir können froh sein, dass das nicht so ist wie in anderen Zelda-Spielen, wo die Ruby-Börse nur bis 300 Rubine geht oder so. Man muss Erweiterung kaufen. Ja, auf Time geht's erst mal nur bis 99. Genau, sowas dachte ich nämlich gerade auch, ja. Ja. Ja, und hier sehen wir wieder einen Darkroom. Ich finde tatsächlich den Darkroom hier im, ähm, also das Darkcross an sich gar nicht so kompliziert. Ich finde es nur schwierig, dann am Ende die Truhe zu finden, weil die so mittig steht. Und das ist ein bisschen schwierig, sich da richtig drin auszurichten. Aber gut, für diese Runner ist das sicherlich kein Problem. Ja. Was man hier ganz gut sieht bei Erior, viele Runner gehen nach rechts an die Wand und laufen dann zurück. Ja, genau. Aber rechts an der Wand stehen oben und unten Fackeln. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man wirklich an der Wand steht und nicht an der Fackel, um nicht so weit unten zu sein. Ja. Aber das macht Übung. Genau. Na gut, aber Escape hat tatsächlich auch nichts. Jetzt werden wir hier von Erior auch die Checks in der Wüste sehen. Genau, aber er geht rein. Ja. Er geht rein. Perfekt. Er möchte ein bisschen singen. Naja, es kann sein, dass er hier nach einer Kiste schon gelockt ist, weil wir haben keine Boots, wir haben keine Feuerquelle. Von daher kann es durchaus sein, dass nach der ersten Kiste Schluss ist. Und danach bleibt uns dann tatsächlich nur noch Eastern übrig. Ja, Divi holt sich jetzt hier noch sein Herzteil von SickKid. Diese Menschen, die gehen zu einem kranken Jungen und schneiden ihm einfach so ein Stück Herz ab. Das ist grausam. Ja, Organspende. Ah, hier gibt es schon mal eine Big Key auf jeden Fall. Ja, das öffnet in diesem Moment aber tatsächlich nur die Big Chests. Und da jetzt nicht der kleine Schlüssel oder die Boots drin sind. Ah, es ist nicht Bootslogged schon mal. Dann muss da der kleine Schlüssel in der Big Chest eigentlich drin sein. Genau, zur Erklärung für Leute, die es nicht wissen. Dieser Dungeon ist dann Bootslogged, wenn auf der Fackel, die wir gerade eben bei Eri gesehen haben, oben links ein Key liegen würde. Dann brauchen wir nämlich, um den Dungeon abzuschließen. Und hier liegt nur die Map und damit liegt ja nicht mal eins der Items und auch kein Schlüssel. Genau, wir werden jetzt mindestens eins der beiden Items auf der rechten Seite haben und irgendwo versteckt sich auch noch der Kompass. Es gibt natürlich noch eine andere Art, wie Desert tatsächlich in Anführungszeichen Bootslogged sein kann, wenn auf der Torch ein wichtiges Item liegt. Ja, genau, ein Progres-Item dann. Aber dann ist im Prinzip eigentlich nicht Desert Bootslogged, sondern dann ist im Prinzip der Seed Bootslogged. Okay, das ist so ein bisschen wie wenn der GT Big Key am Ende auf der Fackel liegt. Man kann durch den ganzen Seed ohne Boots, da haben wir die Lampe und am Ende braucht man dann die Boots für den GT Big Key. Gab es auch schon. Ja, und das ist doch ein ganz netter Fund. Nicht das, was man finden will hier in Desert, aber das, was man hat und zwar die Lampe. Also, das bedeutet natürlich, Desert wäre jetzt im Prinzip abschließbar, aber Desert ist ja auch nur ein Pendant. So, Sahaschrauber. Was ich mich gerade frage, haben wir beide Items in Desert gesehen? Ich habe nur die Lampe rechts hinten gesehen, rechts vorne habe ich nicht gesehen, was drin war. Ja, ich habe das gerade eben auch irgendwie verschlafen. 50-50 Chance, dass es Kompass oder ein Item war. Genau. Aha, der Chat sagt Kompass. Demnach ist da noch ein Item drin. Dann haben die Lanmolas noch ein Item. Ja, aber Area wird jetzt genau das machen, was Divi hier auch macht. Denn, also, wir brauchen jetzt hier Progression in Eastern. Entweder ein Schwert oder Escape, was uns Aga öffnen würde für die Moonpearl auf der, auf, äh, äh, Moonpearl auf, na, Pyramide. Der Pyramide, ja. Wir könnten hier tatsächlich die Mids finden für die allseits beliebte Moonpearl in Checkerboard Cave. Oh ja. Das mag ich immer sehr. Ja, aber irgendwie sowas in der Richtung, oder den Moonpearl halt selber, also irgendwie sowas in der Richtung müssen wir jetzt hier praktisch schon finden. Ja, und der Skip von Eri quasi vom, vom Endboss ist ja auch nicht besonders groß. Man muss für den Boss nicht nochmal vorne rein. Es gibt einen extra Eingang, man läuft da nicht nochmal durch. Ähm, und mit der Flöte ist man super schnell da. Also, es ist eigentlich kein, kein Zeitverlust, diesen Gämmel jetzt einzugehen, dass da jetzt nichts Großes liegt. Also, solange wir die Mids nicht haben, ist es schon ein großer Weg, weil den Weg außen, äh, obenrum kannst du nur mit Flöte, Mids und Spiegel machen. Und wir haben die Mids noch nicht. Nee, aber man kann quasi reingehen und gleich links rum. Man muss dann nicht noch irgendwie wieder durch 23 Räume. Naja, aber auch direkt nach links zu gehen, ist ein ordentliches Stück. Also, da musst du ja auch ganz hinten vorbei wieder. Das stimmt. Und links führt ja kein Weg durch. Das stimmt. Also, man kann es machen und es ist verständlich, dass er es macht. Ich glaube aber vor allem, dass dieser Doppelweg weniger Zeitverlust ist, als jetzt tatsächlich den Kampf gemacht zu haben und es lohnt sich nicht. Ja, aber ich meine, so wie es dann bisher aussieht, wir haben hier nichts gefunden bisher. Ich glaube, wir haben schon zwei Items raus, glaube ich. Oder erst eins. Und, äh, nee, doch erst ein Item. Ähm, und hier war noch nichts. Also, die Lammolas sind, also, jetzt so fast schon unsere einzige Option. Wir haben noch ein, ein Item hier in Eastern in Logik. Das klingt schon fast verzweifelt. Nein, nicht verzweifelt, aber, äh. Ich meine, wir haben jetzt praktisch eine Fifty-Fifty-Chance, dass hier in der Vanilla Biki Chess in Eastern was liegt oder dass auf dem Land Molas was liegt. Ich frage mich gerade, müsste Divi mittlerweile wissen, dass die Lampe in Desert liegt? Oh, wow. Oh, das ist die Mondperde. Ähm, jetzt weiß er es definitiv, dass die Lampe in Desert liegt. Ähm, denn diese, diese Mondperde ist Lamplocked. Und, ähm, damit weiß er, Desert ist natürlich das Einzige, was er nicht gemacht hat. Die Lampe muss in Desert liegen. Gut, aber das hätte er schon wissen können, bevor er die Moonperl dort gefunden hat. Ähm, nicht unbedingt, weil es hätte dann zum Beispiel auch die Moonperl in Desert liegen können und dann die Lampe irgendwo in der Dark World oder sowas. Okay, das, das stimmt natürlich, aber in dem Sinne sein, sein, sein Progress damit, dass, was er gerade macht, seine Logik ist. Genau, jetzt, so, wir haben hier, äh, Ice Palace Green Pendant und die beiden Red Crystals in Maya und Thiefstown. Und wo das dritte Pendant ist, hab ich jetzt so schnell nicht gesehen. So, guck mal, Hype Cave. Zumindest ein bisschen Hype, würde ich mal sagen. Also mit einem Eisrott, dem Powder und einer Bottle. Minimalst. War das Pot Pendant? Ne, Turtle Rock Pendant war das. Ja, Turtle Rock Pendant, genau, ja. Das ist ja auch interessant. Und wir haben gerade ein Eisrott gefunden. Pet confirmed. Nein! Ja, genau, da sehen wir es nochmal, etwas ausführlich, ja, ja. Ja. Ja, Aria wird jetzt ja auch die Hype Cave erstmal machen. Und dann wahrscheinlich Divi hinterherlaufen mit Stumpy und Cave 45. Ich finde, um ehrlich zu sein, der Name Cave 45 ist irgendwie traurig. Wir hätten auch Area 51 oder sowas sagen können und nicht einfach die Zahl aus dem Codename. Das ist schon ein bisschen... Man kann sie auch South Grove Cave nennen, wie sie auch gerne genannt wird, weil sie es üblich des Wäldchens liegt. Auf jeden Fall hat Divi da tatsächlich sein erstes Schutz-Item gefunden, nämlich den Burner. Ganz nett. Macht das Leben angenehmer. Ja, und bringt in diesem Fall Spike Cave in Logik. Ja. Oder möglich, falls Turtle Rock zum Beispiel auch irgendwann nötig sein sollte, da wundervolle... Dodges. Dodges, ja. Ja, auch bei den Kettenhunden. Oder auch... Oh, und Aria macht das Play. Aria geht nach Swamp. Oh, Aria geht nach Swamp. Ja. Vor den ganzen Overworld-Checks hier in der Dark World. Das ist massiv. Das kann sich auszahlen. Das kann aber auch völlig in die Hose gehen. Na gut, Swamp ist ein Crystal, das müssen wir eh machen. Aber Swamp ist halt im Go-Mod deutlich schneller als ein Full Clear. Ja. Während Divi tatsächlich gerade noch das zweite Schutz-Item, nämlich das Cape, ausgegraben hat. Ja, na klar ist Swamp abschließbar. Und Swamp hat auch sechs Items. Von daher ist es kein wirklich schlechtes Play. Aber man hat so viel anderes, was momentan offen ist. Ich frag mich gerade, warum im Chat Swamps ohne Boots diskutiert wird. Ja, Swamp hat auch wieder so ein Dungeon, was viele lange Strecken hat, wo du ganz gerne auch mal mit Boots ein bisschen langlaufen kannst. Ach so, okay. Naja gut, für Swamp, und das scheint Divi jetzt auch machen zu wollen, spricht tatsächlich, dass wir alle drei Items, die man für Swamp so braucht, also Flippers, Hookshot und Spiegel sehr, sehr früh haben. Ähm, das muss nichts heißen, aber die Erfahrung sagt ja, wenn man solche Items sehr früh findet, dann deutet das eigentlich schon ein bisschen darauf hin, dass in dem Dungeon irgendwo was versteckt ist. Oh oh, das wirft ja ein dunkles Licht auf Turtle Rock mit der Eisrott. Naja, dafür brauchen wir noch ein Firerott und ein Medaillon, also ähm. Aber es ist der einzige Dungeon, für den wir Eisrott brauchen. Na klar. Aber ich meine, irgendwo muss der Eisrott ja auch sein. Aber der Dungeon ist voll abschließbar und deswegen, also von beiden hier schon eine absolut nachvollziehbare Entscheidung. Ja, und um die Frage im Chat zu beantworten, was bisher hinter den Flippers war, die Flippers haben die Handschuhe in der, ähm, Waterfall Cave gelockt und die Handschuhe haben dann den Hammer im Back of Escape geöffnet. Und, äh, damit hat, also haben die Flipper unseren, unseren Dark World Access sozusagen geöffnet. Und Eri entscheidet sich hier gerade die linke Seite liegen zu lassen und den sogenannten Diver Downs zu machen. Ja, es gibt ja zwei Diver Downs, die man hier machen kann. Einer auf der linken Seite und einen hinten. Er macht jetzt den hinten. Genau. So, das sind glaube ich schon zwei Items weg. Drei Items demnach. So, und Divi hat den Schlüssel, einen kleinen Schlüssel eingesammelt. Na klar, das macht jeder. Mal gucken, vielleicht geht Divi ja zuerst Left Side. Naja, der Spiegel war auch nicht, äh, durch die Flippers gelockt, weil der Spiegel, der, äh, lag ja auch im, ähm, in Kakariko. Und daher war auch das Buch zum Beispiel nicht, äh, nicht durch, ähm, die Handschuhe oder so gelockt, weil der Buch ja ein, äh, Tower of Hera war. Und Tower of Hera war der Bicky erreichbar, war also abschließbar. Zum Beispiel war die Lampe dadurch nicht, äh, nicht, äh, nicht Flippers lockt. Also, ja, die Flippers haben viel gelockt, aber nicht, nicht alles. Zum Beispiel Moon Pearl war dann auch nicht Flipper lockt, also, ja. Und wir sind ja in einem schnellen Fight von Eri und auch Libi hat sich dagegen entschieden, links zu gehen. Ja. So haben sie jetzt aber beide nichts Dolles aus diesem dann rausholen können. Und ich glaube, links liegt noch mindestens ein Item. Ja, nach meiner Zählung könnten links sogar noch zwei Items liegen. Genau, ich bin mir grad nicht sicher, ob ich bei beiden vielleicht dasselbe Item einfach verpasst habe. Aber eins muss auf jeden Fall noch dran liegen. Ja, also ich hab vier Items auf jeden Fall gesehen. Genau. Aber Erior lässt es tatsächlich liegen. Der geht nicht Left Side. Das ist ja auch interessant. Dafür sehen wir jetzt hier gleich, was hier auf dem Bombos-Tablet liegt. Ah, das waren, glaub ich, drei Bomben. Ja, I make go triple. I make things go triple boom, ja. Irgendwie so, genau. Ich hab triple gelesen, ja. Auch dieses Tablet werden wir nicht wiedersehen. Ganz genau. Ja, jetzt wird Erior das machen, was Divi schon gemacht hat mit Stumpy und Cave 45 und Dick Game. Das heißt auch, er wird zumindest schon mal seinen Cape abholen. Und seinen Burner, ja. Ja, genau. Obwohl, Burner sammelt er vielleicht nicht ein. Wobei, doch, den wird er einsammeln, er hat ja das Cape noch nicht. Ja, genau. Er weiß ja nicht, dass er das gleich auch noch bekommt. Und eins von beiden zu haben, ist doch sehr angenehm. Gerade wenn die ständig die Liebe skippen, die überall rumliegt. Ja. Ja, ich vermute, unser nächstes Play könnte dann Richtung Village of Outcast sein mit Thiefstown. Thiefstown ist zwar im Prinzip, nein, es ist sogar ein Red Crystal. Also lohnt sich vielleicht, wahrscheinlich sogar da reinzugehen. Ja, warum sollte es sich nicht lohnen? Nee, ich hatte gerade Pendant Thiefstown im Kopf, aber das ist es ja gar nicht. Ach so, okay. Nee, 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 nee. Es hat relativ viele Items. Naja. In Anführungszeichen. Vier, ja. Und es hat ein Red Crystal. Und also Crystal brauchen wir eh und Red Crystal dann noch mit der Big Fat Fairy mit. Naja, wobei der andere Red Crystal ist Maya. Maya, der ist noch durch die Midz und Medaillon gelockt. Von daher ist die Fat Fairy jetzt noch nicht so sehr auf dem Schirm. Und auch Divi hat Left Side Swamp geskippt. Die sind sich einig, die Runner. Ja, beide haben tatsächlich bisher sehr ähnliche Checks gemacht. Also, ich nehme auch an, Ariel wird jetzt hier gleich spiegeln und wird dann auch noch ins Village of Outcast gehen. Wo sie beide aktuell noch den etwas kleinen Umweg gehen müssen, um in die Dark World zu kommen, weil sie den sehr, sehr schweren Stein noch nicht heben können. Oh, und Divi geht sogar zuerst nach Skullwoods rein. Noch kein Fire Rod. Aber man kann hier ja schon mal nach Items suchen. Ja, wobei es sind ja nur zwei und die Wahrscheinlichkeit, dass eins davon hinten liegt, ist relativ groß. Ganz genau. Die Motte kann die drei kleinen Schlüssel, die hier drin liegen, nicht haben. Von daher ist auf der Motte entweder eins der beiden Items, der Bicky oder eins der beiden Dungeon Items. Genau. Ja, und Divi findet bisher auch nur zwei kleine Keys. Da haben wir so alle drei. Und noch ein kleinen Key. Immerhin kann er jetzt keine kleinen Schlüssel mehr finden. Dann findet er jetzt hier Karte oder Kompass, würde ich mal annehmen. Er könnte auch den Kee finden. Ah, und da schlägt der Fluch des Commentaries zu. Was sein Kommentator sagt, passiert. Ganz genau. Aber er geht trotzdem noch weiter. Ja, den einen Check hat er noch. Genau. Und mit dem Sumaria ist es auch ordentlich angenehmer, nicht diese Statue da schieben zu müssen. Ganz genau. Die kann einen auch richtig trollen, musste ich heute erfahren. Das stimmt. Sehr schön für Erior, der, der, wie heißt der, der, äh, der Arrow of Destiny, der Fall des Schicksals. Aber leider nur mit Bomben belohnt worden. Das heißt, wir wissen auch, ein Item, gut, das wussten wir vorher schon, liegt hinten. Nee, muss nicht. Es kann auch sein, dass hinten der Bicky liegt und natürlich in der Big Chest dann das zweite Item. Ganz genau. Natürlich, die konnten wir auch nicht angucken. Aber es ist dann durch, durch Fire Rod auf jeden Fall gelaufen, das letzte Item. Richtig, genau. Wir können so oder so nicht weiter angucken. Ich finde es ein bisschen schade, dass er jetzt hier keinen Pet-Check macht. Ähm, wir haben ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass der Bogen auf dem Pet liegt. Das stimmt. Und andererseits weiß er, dass er so oder so nochmal zurück muss, sobald er die Fire Rod hat. Und ich denke, spätestens dann, wenn er dann nicht im Go-Mod ist, werden wir spätestens dann einen Pet-Check auch sehen. Ach, guck mal. Guck mal einer an. Wow. Da haben wir doch tatsächlich eine Fire Rod im C-Shaped-Haus. Aber er scheint nicht direkt umzudrehen. Ja. Oh, und Erik findet einen Bogen. Ja, irgendwie, äh, wir reden von den Items und sie tauchen auf, ne? Das machen wir weiter. Wir haben heute offensichtlich, äh, hellsierische Fähigkeiten. Ja, aber lass mich mal überlegen. Wir sind im Medaillen-Mode. Nee, Mids haben wir noch. Mids und Medaillens brauchen wir noch. Mids und Medaillen, ja. Also, wir sind schon fast im Go-Mode. Das bedeutet aber natürlich auch, dass Divi jetzt durch den Check in Sky Woods, äh, sehr wahrscheinlich Zeit verloren hat. Weil Eri da nicht zusammen hinlaufen muss. Ja. Hat Eri die Fire Rod noch nicht abgeholt? Nee, die hat er tatsächlich noch nicht abgeholt. Der war noch nicht im C-Shaped-Haus. Der hat die beiden anderen Checks hier im Mids-Shaped-Haus gemacht. Oder das C-Shaped-Haus hat er liegen lassen. Dann hoffen wir mal für ihn, dass er es noch macht und nicht schon aus Versehen aus dem Kopf hat. Ja. Die Front hatte, ich glaube, ein Item in Thief's Town. Aber das war auch nichts wirklich Wichtiges. Aber auch der Bogen. Ja, der Bogen. Genau, der Bogen. Also, das war nichts Wichtiges. Wir können so einen Bogen auch mal skippen. Und es waren sogar zwei Items in der Front, da war nämlich gerade noch ein Schild. Ja, aber das würden glaube ich die Runner gerne zurücklegen. In Sky Woods hatte die Front kein Item, da hatte die Mitte, also die Statuenkiste, oder, äh, die hatte drei Bomben. Also, nichts Signifikantes. Genau, und es kann uns jetzt höchstens noch passieren, dass der Front auch das andere Item liegt natürlich, dann aber in der Big Chest. Und da kommen wir halt, da kamen wir nicht ran an der Fire Rod. Ganz genau. So, jetzt habe ich die Attic Chest verpasst. Immerhin haben wir noch keinen kleinen Schüssel. Das heißt, der liegt jetzt entweder hier in der Maiden Chest oder in der Big Chest. Wobei alle hoffen werden, dass es in der Big Chest liegt. Warum sollten das alle hoffen? Ja, weil keiner gerne in die Big Chest öffnet. Selbst wenn man es könnte, äh, selbst wenn man es kann mit Hammer. Das ist einfach ein Umweg. Und wir haben tatsächlich, äh, den kleinen Schlüssel in der Big Chest. Und damit war an der Attic ein Item und auf Blind liegt auch ein Item. Genau, und woher wissen wir, dass wir jetzt einen kleinen Schlüssel in der Big Chest haben? Es liegt noch oben ein kleiner Schlüssel. Den könnte man auch benutzen, um sich den Weg zur Big Chest aufzuschließen. Dann muss dort aber ein kleiner Schlüssel, äh, wiederum liegen, um noch weiterlaufen zu können. Ganz genau. Die Keylogik sagt, dass auf Blind selber keiner der kleinen Schlüssel liegen kann. Ja. Und darum hatten wir eben die Wahl zwischen der Maiden Chest und der Big Chest. Und da sah er sehr gekonnt aus bei Eri. Da sieht Blind so einfach aus. Ja, und da ist unser letztes Item, voller Herzcontainer. Dann sind wir bei 10. Aber Tiefstown hat jetzt auch außer dem Bogen nichts wirklich Signifikantes, wobei der Bogen natürlich gut ist. Ich nehme mal an, dass wir jetzt Port Eastern sehen werden als nächstes. Das ist eine schöne Kombi, die sich jetzt mit Bogen und, äh, Hammer und Spiegel gut machen lässt. Andererseits ist Skywoods jetzt echt um die Ecke und die Fireroad wird er gleich finden. Ja, gut, da hast du recht. Da hast du natürlich recht, Skywoods jetzt noch schnell zu machen und danach erst Port Eastern. Und dann, das dürfte, ja, das dürfte so was sein, was wir jetzt gleich sehen. Also es ist ja zumindest das, was ich jetzt machen würde. Ja, Erior kann jetzt tatsächlich, könnte jetzt viel Zeit sparen in Skywoods, wenn er die Front erstmal komplett skippt und auf dem Weg, sich direkt zur Motte macht, vielleicht unterwegs noch die mittlere Kiste checkt, wo die drei, wo seine drei Bomben finden wird. Da kann er potenziell sehr viel Zeit sparen. Ja. Weil da vorne ja nur die ganzen kleinen Schlüssel und die Karte lagen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hat er gerade die Bumperlatch gecheckt, auf der heute nur Pfeile liegen. Ganz genau so war es. Interessant ist auch, man hätte jetzt, wenn man im Village of Outcast war, auch noch das Puder checken können. Das hat Erior jetzt nicht gemacht. Oh ja, das stimmt. Und Erior scheint aber zumindest die Front zu skippen. Okay, hier nimmt er den Check in der Mitte direkt mit. Das ist für ihn ein richtig gutes Play, weil hier würde er das eine gesuchte Item schon finden. Genau, und wenn er dann hinten das andere noch findet, weiß er, vorne muss ich nie rein. Genau, oder er wird hinten den Bicky finden und dann dort direkt das Item. Genau. Ja, andererseits kann man es auch verstehen, dass man jetzt das Puder checkt. Das möchte man dann am ehesten noch mit den Schmieden, mit der Smith Chain verbinden, wenn man dann irgendwann mal die Mids hat. Am liebsten würde man sowieso all jene nur einmal besuchen. Ja, das möchte man da gar nicht hin. Okay, und Erior entscheidet sich direkt durchzulaufen zur Motte? Wie gesagt, wenn er jetzt auf der Motte tatsächlich ein Item findet, dann ist das für ihn sozusagen das optimale Skywoods. Genau, und da er nach dem anderen kleinen Chest-Check sowieso höchstwahrscheinlich gespiegelt hätte, um wieder am Eingang zu stehen, ist es auch Jacke wie Hose, worum er hier geht. Ja, naja, nicht wirklich, weil wenn er jetzt hier auf der Motte das Item findet, wo er eh hin müssen, um die Motte abzuschließen, dann kann er sich die Kiste unten komplett sparen. Von daher ist das hier das deutlich bessere Routing. Nein, nein, das schon. Ich meinte nur, wenn hier jetzt kein Item liegt. Ja, dann ist es egal. Dann wäre es egal, genau. Nein, nein, klar. Mit der Hoffnung, dass hier das Item liegt, ist das schon das perfekte Player an der Stelle. Ja, und vor allem da in der Kiste da unter der Brücke durchaus auch rein theoretisch die kleinen Schüssel liegen können. Und auf der Motte nicht, hat die Motte er halt eben die höhere Wahrscheinlichkeit. Aber hier hat sie tatsächlich heute mal nichts. Also werden wir jetzt die Kiste unter der Brücke auch noch sehen. Genau, und auch Divi entscheidet sich jetzt erstmal hinten durchzulaufen. Wird da dann hoffentlich die Motte schaffen und sein Kompost auch abholen. Ja, und Aria hat jetzt tatsächlich, wie wir wissen, eine Fifty-Fifty-Chance, entweder den Biki zu finden oder ein Item. Oder warte mal. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob in Skullwoods der Biki sich selber in der Kiste einschließen kann. Aber ich glaube, das ist möglich, weil es keine Tür gibt, die mit dem Biki zu öffnen ist. Genau, man kann nur die Chests tatsächlich damit öffnen. Genau, und daher müsste es eigentlich möglich sein, dass sich der Biki... Ja, irgendwie curse ich hier heute alles. Ich verfluche alles, was ich sage. Okay, ab jetzt Commentary ich alleine. Und Eri, denk dran, das Pet zu checken. Ach komm, auf dem Pet liegt eh nichts. Das Medaillon für Turtle Rock? Nee, nur ein kleines Herbst. Schade. Da hätte ich auf dem Pet, das Medaillon für Turtle Rock kann da nicht liegen, aber das Medaillon für Misery Maya hätte ich jetzt gerne auf dem Pet gesehen. Ach nee, für Turtle Rock, nee genau, für Misery Maya. Genau das wollte ich sagen, ja, ja. Nee, Turtle Rock ist required dafür, ja, ja. Genau, aber das Maya-Medaillon, das hätte ich jetzt da durchaus gerne gesehen. Ja, aber der Seed scheint nett zu sein. Kein Aga, kein Pet. Ja. Wir haben zwar keine Boots, was man eigentlich auch nicht unbedingt mag, weil Boots hat man eigentlich immer gerne, aber trotzdem, die Items waren an schönen Locations, keins war jetzt besonders blöd, versteckt bisher. Und wie gesagt, wir brauchen eigentlich nur noch die Mids und ein Medaillon und dann sind wir im Go-Mode. Ja, und ein Schwert natürlich dann noch, aber... Ach, guck mal, also... Habe ich nicht gerade irgendwie von dem Mids gesprochen? Okay, aufhören, über Items zu reden, das geht jetzt zu schnell. Das wievielte Mal war das heute? Also mindestens das dritte Mal, ich glaube sogar schon das vierte Mal. Ja, also irgendwie... Und da hat gerade der falsche Vogel auf die Flirte reagiert, das ist auch lustig. Ja. Oh mein Goethe, also irgendwie... Das können wir heute hier. So, und Devi hat sich gerade verkauft? Oh, das ging mir jetzt zu schnell, was Maya von Medaillon... Das war das Quake? Aber ich bin mir nicht sicher. Die Maya Shad ist nichts. Oh, und ich sehe gerade... Ach, du meine... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Fällt's dir auf? Nein, ich bin gerade ratlos, was ich hier sehe. Weißt du, was Devi gemacht hat, nachdem er bei der Motte war? Er ist aus Skywurz rausgegangen. Ohne seine Mids in der Big Chef abzuholen. Ich wollte gerade sagen, warum kauft Devi jetzt überhaupt ein? Was sehe ich hier? Ich bin völlig verwirrt. Ja, Devi hat seine Mids... Er hat die Mids geskippt. Und das wird für Devi jetzt definitiv ein Last Location Check sein. Er wird jetzt alles andere machen. Er wird Port Eastern jetzt machen. Dann wird er nach Ice Palace gehen. Er wird nach Desert reingehen. Er könnte... Naja, Turtle Rock kann... Nee, Ice Palace kann er zum Glück nicht machen. Und Turtle Rock zum Glück auch nicht. Das geht ja beides ohne Mids nicht. Aber er wird alles andere machen, bevor er wieder nach Skywurz geht. Aber ey, hat er sich überhaupt den Bicky abgeholt? Nein, hat er auch nicht. Oder ist er komplett raus? Ich glaube, er ist komplett raus. Also... Oh, ich befürchte fast, wenn das passiert ist, kann das nur bedeuten, dass er sich bei den Items erzielt hat. Das ist möglich. Es kann aber auch einfach der Gamble sein. Da ist nur noch ein Item und das ist nix. Uff, 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 uff. Uff, das ist, also... Ich will nicht sagen GG, aber... Okay, der Chat berichtigt uns, Bicky hat er, dann ist die Big Chest ein relativ schneller Check dann später für ihn. Aber trotzdem, das wird Last Location. Das wird... Wow, dann holt er die ab und geht nicht rein. Ja. Uff. Ich will nicht sagen GG, aber... Es ist schon dicht dran. Ja. Nee, ich hatte noch nicht so schnell geschaltet, dass er da gerade die Mitz geskippt hat. Klar. Ich habe erst mal mich nur gewundert, warum er einkaufen geht direkt danach. Ich habe gerade kurz gedacht, hat er die Motto nicht geschafft? Doch, hat er. Habe ich doch gesehen. Ich war gerade völlig verwirrt. Mein Gott. Dass er einkaufen geht, das ist okay. Ja, ja, es war nicht das, was ich erwartet hatte an der Stelle. Deswegen war ich völlig... Wow, also dieses Race, wenn hier jetzt nicht noch was ganz Außergewöhnliches passiert, ist, glaube ich, entschieden tatsächlich. Aber hat die wie erst Pat angeguckt? Da kann ich mich bei ihm auch nicht dran erinnern. Das wäre nämlich auch um die Ecke gewesen. Naja, hat er beides nicht gemacht. Also das sieht momentan nicht so glücklich aus. Nee, tatsächlich nicht. Da hat er... Wie war das? Bei wem hatten wir das? Hat er da den Tanvir gemacht? Ja, das wurde gerade schon im Chat geschrieben. Und das hat mich dann endgültig verwirrt. Habe ich nicht gesehen. Ich erinnere... Ich erinnere mich nur gerade daran erinnere... Moment. Ein Item in Skywoods liegen lassen? Das habe ich doch vor kurzem schon mal irgendwo gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe mich gerade die Anspielung verwirrt. Zusätzlich zu der Verwirrung, was ich hier gerade sehe. Ich habe gerade kurz gedacht, ich habe etwas Weltbewegendes verpasst. Ja, Weltbewegend nicht, aber es ist zielentscheidend. Ja, 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 absolut. Was ja schon fast die gleiche Kategorie ist. Ja, heute Abend ist es weltbewegend. Ja. Ja. So, mal gucken, was die wir jetzt hier noch so alles findet in Pod. Bisher war noch nicht wirklich was. Aber Pod ist ja auch dafür bekannt, jede Menge kleine Schlüssel zu haben. Und die Items kommen relativ spät. Ich habe gerade gar nicht aufgepasst, ob Divi den Piki hat. Ja, ja, der war gleich ganz vorne in der ersten Kiste. Ah, okay, gut. Dann. Den wird Errier jetzt hier auch finden. Also Pod war sogar bowlocked. Und der Bogen war in Front von Thiefstown, in der dritten Kiste, glaube ich. Ja, genau. In der dritten war der Bogen. In der vierten war der Piki. Ja, genau. Ah, Vanilla Piki in Thiefstown. So, ja, im Prinzip sind wir jetzt auf Medaillen-Hunt. Und wie ich gerade sehe, hat unser Tracker Ether of Miserimaya. Also ist das das Medaillon, was wir wohl noch suchen? Ja. Und Pod war ziemlich leer. Ich glaube, wir haben noch ein Item auf Helmer liegen. Ja, und dann sind wir praktisch auf einer Medaillen-Hunt. Ja, der Chat fragt uns nach den Lottozahlen. Wollen wir oder wollen wir nicht? Also das überlasse ich ganz dir. Du hast heute das glückliche München. Sagen wir so, ich frage aus strategischen Entscheidungen, wollen wir uns das Geld teilen oder wollen wir es mit dem kompletten Chat teilen? Das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Werde ich reich oder wäre ich beliebt? Eins von beiden, ne? Aber ist es nicht so, wenn man fünf von sechs Richtigen oder so hat, gibt es auch schon einen Teilgewinn? Wir können ja sagen, vier Zahlen werden verraten und der Rest nicht oder so. Ja, aber das schmeldet ja alles den Gewinn vom Jackpot, ne? Außerdem gibt es schon ab drei Richtigen gibt es, glaube ich, schon Kohle. Oh, jetzt versuchen sich hier Leute noch vorzutun im Chat. Ich habe tatsächlich ganz kurz überlegt, als du mit den Lottozahlen anfingst, ob wir Sora gesehen haben. Ja, ja, haben wir. Bei beiden. Ja, bei beiden. Bei beiden, okay, gut. Den hat, äh, Divi Sainz hatte ja früher die Flippers und hat dann direkt, äh, Waterfall Cave gemacht und ist dann zu Sora durch. Und Eri hat das dann nachgeholt, als er sich dann auch seinen Handschuh aus der Waterfall Cave geholt hat. Und Eri setzt hier gerade und hat noch geschafft zum Hammerjump an, auch wenn du noch heute nur die Karte findest. Also nein, also, um das mal abzuschließen zu einer Vorhersage. Zu den Lottozahlen lasse ich mich jetzt hier nicht herreißen. Nachher macht mich noch irgendwer verantwortlich, wenn er dann spielt und verliert. Also das, äh, nee. Du könntest das ja kodieren in Items. Ach, die Monde, Bombos, Lampe, Hammer, Schaufel. Und dann... Nee, dazu hätte ich jetzt aufpassen müssen, ähm, von den ersten 49 Sachen, die wir gefunden haben, was was gewesen ist. Ja, also... Okay, bis wann muss man tippen? Wann kannst du dir das Voice-Over angucken? Dann kannst du es noch eben mitteilen. Ja. Und es ist eine interessante Theorie schon im Chat tatsächlich mit Isar in, äh, Desert. Ja. Um hier das Race nochmal ein bisschen zurückzuholen. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Wir wissen tatsächlich, dass auf den Lamb-Modas noch ein Item ist. Das wäre so eine Möglichkeit, ähm... Weil das wird... Desert wird Divi garantiert machen, bevor er zurück nach Sky Woods geht. Er war nämlich noch nicht in Desert drin. Und hier nach Eastern und Pod hat er halt hauptsächlich noch, äh, Overworld-Checks übrig. Ja, aber das ist schon das zweite Mal, wo dein Big Chest, äh, Gamble, äh, hart bestraft wird. Und ich erinnere mich daran an einen Big Chest-Gamble jetzt auch aus einem der Races von den letzten Tagen in Turtle Rock. Und dann lag genau dort der Small Key, den man noch nach der Laser Bridge braucht. Also diese Big Chests können schon faustdick zurückschlagen. Ja, klar. Das einzige, glaube ich, was ich mir momentan überlegen könnte, was Divi vielleicht noch, äh, nach Sky Woods macht, wäre Left Side Swamp. Aber ich glaube, er wird jetzt hier nach Pod, wird er Richtung Pyramide und Catfish gehen. Wahrscheinlich auch Graveyard Ledge machen. Und dann hat er halt noch die Hammer... Ne, nicht die Hammerpacks, sondern die... Das Powder, er hat noch die Spike Cave, Desert und eben Left Side Swamp. Das sind seine Checks, die er noch hat. Und, ähm, ja. Wird interessant zu sein, wie lange er braucht, um zurück nach Sky Woods zu kommen. Ja, das sind die Momente, wo man gerne den Runner zugrufen würde. Gebe ich zu. Also, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand aufgrund seiner Entscheidung gewinnt oder verliert. Das meine ich damit nicht. Aber... Manches tut einfach weh zu sehen. Ja... Es ist halt eine sehr unglückliche Entscheidung. Oh, ich entschuldige mich für die Sirenen, die ihr hier gerade alle hört. Die sind aber gleich vorbeigefahren. Kommen und holen dich. Ähm, ja. Ich muss jetzt los. Viel Spaß noch mit Vicford. Tja, Erior ist ganz klar auf dem Weg. Eis. Ich kann auf Eis. Mein Albtraum. Mein Albtraum. Ja, das macht aber für Erior jetzt viel Sinn. Er hat zwar viele Overworld-Locations, ähm, aber Eis geht mit dem Somaria relativ schnell auf der Full-Clear und es sind immerhin drei Items hier drin. Ähm, ähm, und er muss ja auch, sagen wir so, wenn der Boss kein Item hat, dann muss er auch, obwohl er könnte den Boss machen, ist immerhin Green Pendeln. Also es sind hier sogar vier Items insgesamt. Und wo es hier gerade passiert, unterbreche ich ganz kurz. Ähm, wir haben ein paar Gifted Subs nämlich gerade bekommen, ähm, wenn ich das richtig lese. Oha. 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 Ich hab's verquatscht. Oh, äh, Schwert? Schwert? War das ein Schwert? Ja, tatsächlich auch. Das ist interessant. Von daher ist, äh, tatsächlich, äh, das Powder, äh, Magic Bat für ihn nicht allzu sehr isoliert. Oh, und Divi geht zurück nach Skywoods. Das sieht gut aus. Ich wollte gerade sagen, Divi hat ja die, ähm, die Chain noch gar nicht, weil er die, äh, Titans nicht hat. Aber Gott sei Dank, das sieht gut aus für ihn. Also wie gesagt, Chet, wir sind unparteiisch, aber natürlich freuen wir uns, wenn wir ein Rennen zurückbekommen, ne? Also nicht falsch verstehen. Wir gönnen das hier allen gleichermaßen. Ja, aber Divi geht tatsächlich nach Skywoods zurück. Das ist sehr gut für ihn. Ja. Ähm, er verliert dadurch jetzt tatsächlich auch nicht allzu viel Zeit, weil er ja auch Pod Eastern geklärt hat. Hat Erya ja auch vollgekliert. Von daher verliert Divi an dieser Stelle tatsächlich nicht viel Zeit. Ja. Und ich nehme an, Divi wird ungefähr das gleiche machen, was Erya jetzt macht, nämlich jetzt Richtung Eispalace gehen. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall ruft er schon mal seinen Vogel. Nein. Das sieht in der Eispalace aus. Nee, ich weiß auch warum, weil Divi noch keine Ahnung hat, was das Maya-Medaillon ist. Und das checkt er jetzt natürlich zuerst. Und Maya-Shed und Checkerboard-Cave sind dann auch drei schnelle Checks. Genau, das ist natürlich logisch, das jetzt zuerst zu machen. Und da sehen wir es noch. Maya ist Aether. Genau. Wobei eigentlich in Wirklichkeit heißt es Harry Potter. Ach, ja. Nein. Oh nein. Das ist nicht schön. Oh nein. Das wird ihm wieder ein bisschen kalt kosten. Oh, das fühle ich, dass es mir auch schon passiert. Ach. Und ohne Boots ist das da nochmal ein bisschen... Aber jetzt muss er... Genau, nur einen Stein bewegen, Gott sei Dank, für die rechte Checks da nochmal. Trotzdem Zeit. Ja. Und der macht jetzt hier die Checks aber in Desert fertig. Gut, wenn er gerade da ist, ist das auch nur sinnvoll. Ja. Ich glaube, er wird jetzt hier nach Checkerboard-Cave flöten. Ich glaube nicht, dass er jetzt hier noch Desert abschließt. Das macht er nicht. Er weiß ja zumindest, dass in Desert die Lampe sein muss, wenn er ein bisschen aufgepasst hat. Das ist eine Sache, die er fest weiß. Von daher kennt er eins der beiden Desert-Items schon. Und nur für das andere dann auch jetzt Desert zu machen, müssen wir es dann... Und er weiß ja noch nicht, dass Desert nicht Bootstock ist. Also für ihn könnte das zweite Item in Desert auch durchaus Bootstock sein. Also das ist schon eine ganz gute Entscheidung, jetzt hier nicht Desert zu gehen. Stattdessen sehen wir von ihm jetzt hier Dark Death Mountain. Auch keine schlechte Entscheidung. Das ist eine sehr itemdichte Location mit zwei Items in Super Bunny Cave, vier in der Hookshot Cave. Und, naja, er wird das Shuttle Rock medailliert. Oh nein. Oh wow, oh nein. Also, ich sag mal so, Erior got routed diesen Seat. Ja, das kann man nicht anders sagen. Also, Erior macht hier in dem Moment alles richtig. Anders kann man es tatsächlich nicht sagen. Weil, was hat der Mann heute falsch gemacht? Ich kann mich an nichts erinnern. Nee, äh, nee. Also, ja gut, Erior braucht noch ein Schwert, ja klar. Aber es gibt noch drei Schwerte, die er finden kann. Wir wissen, dass eins davon auf der Magic Bed liegt. Gut, Divi hat gerade seine Silvers gefunden. Macht manches auch noch schneller jetzt, klar. Ja gut, aber die könnte Erior durchaus auch finden, weil... Überleg mal, wenn er jetzt mit Maya fertig ist, dann ist für ihn der Berg einfach schon fast die itemdenseste Location. Schwerzen suchen. Und GT hat er ja auch noch. Das heißt, er wird danach auf den Berg gehen, wird diese Checks mitnehmen, wird also seine Silvers finden und wird dann nach GT gehen. Und da ist er auf sein Schwert hoffen. Also... Ich meine, vielleicht... Also, ich hoffe mal... Nein, das ist jetzt gemein. Aber vielleicht findet er tatsächlich sein Schwert jetzt auch in diesen Landen. Um mal die Wahrsagerfähigkeiten ein bisschen in Frage zu stellen, die wir hier haben. Die Möglichkeit besteht absolut, ja. Nein, das darfst du nicht bestätigen. Wenn ich was sage, trifft es nicht zu. Wenn du was sagst, trifft es zu. Ja, aber immerhin macht Divi Science jetzt auch das Play Richtung Ice Palace so aus, wie wir wissen, ja richtig ist. Ja. Ja gut, es ist Green Pendant. Das heißt, in Ice Palace liegen halt nicht nur die drei Items, die da sowieso schon liegen, sondern halt auch das vom Green Pendant selber. Ich muss doch gerade nicht überlegen. Und wir haben auch noch einen Gottmeier. Wir haben auch noch einen Gottmeier. Also, Erya fällt hier heute alles in den Schoß. Ja. Wobei, das klingt jetzt so, als sei das hier alles reines Glück. Beide Runner performen super gut und treffen wirklich gute Entscheidungen. Auch Divi hat richtig gute Entscheidungen getroffen. Na klar. Ein bisschen Glück spielt halt immer mit rein. Das ist halt Rendo an der Stelle. Ja. Aber vielleicht brauchen wir am Ende die Boots. Das kann uns passieren. Ja. Stell, das musst du jetzt auch sagen, damit es zutrifft. 4,54% Chance. Also, die Möglichkeit gibt es noch. Ja, und wie Tamber gerade sagt, also, ähm, das könnte tatsächlich sein, dass es Erya jetzt gar nicht so lieb war, dass er hier jetzt einen Gottmeier hatte. Denn er braucht ja noch ein Schwert. Wenn er jetzt Grund gehabt hätte, noch ein bisschen rumzusuchen, vielleicht ein paar Items unterwegs zu finden, das hätte für ihn positiv sein können. Wenn tatsächlich hier irgendein Schwert drin liegt. Ja, richtig ärgerlich wäre es natürlich. Wir wissen, es stimmt nicht, wenn hier die einzig erreichbaren Schwerter liegen würden. Ja. Wobei ich tatsächlich auch glaube, dass das eine Schwert bei der Magic Bat, das wird Erya ja nicht so schnell holen. Weil, ich glaube tatsächlich, Erya wird jetzt hier nach über Dark Death Mountain Richtung GT gehen. Gut, im GT selber könnte natürlich auch mal ein Schwert liegen. Wir dürfen nicht vergessen, es sind einige Chests, die man da öffnet. Ja. Apropos GT. Erya wird jetzt hier gleich seinen Sitten Crystal holen. Und was das bedeutet, weißt du ja. Ja, sicherlich. Oh ja, es ist Zeit für ein Spiel. Unsere eigene Lotterie quasi. Ganz genau. Das GT Big Key Guessing Game. Komplizierter Name. Möchtest du erklären, worum es geht? Das kann ich gerne tun. In GT gibt es 22 Locations, wo der Big Key sich verstecken kann. Und wir spielen ganz gerne das Spiel, dass wir raten, wo das denn der Fall ist. Gleich kommt das Startsignal, sobald Erya seine, seinen siebten Crystal in seinen Händen hält. Und danach, nach dem Startsignal, könnt ihr gerne eure Zahlen zwischen 1 und 22 in den Chat schreiben. Und ja, wer zuerst die richtige Zahl nennt, gewinnt. Kleine Ergänzung, gewinnt. Wobei alle, die die richtige Zahl getippt haben, noch Punkte dazu bekommen. Einzige Ausnahme, wenn halt nur die Zahl irgendwie um 2, 3 verfehlt wurde, dann wird das anders gerechnet. Egal, das sind Details. Eure Zahlen von 1 bis 22 könnt ihr gleich in den Chat schreiben. Genau. Wie gesagt, erst nach dem Startsignal, weil erst dann zählt es. Warum hat Erya hier nicht mit dem Bogen auf das Auge geschossen? Weil er nur noch 5 Pfeile hat. Er hat seine Pfeile bei den kleinen Augen ein bisschen zu häufig eingesetzt. Aber mit 5 Pfeilen müsste er jetzt nicht so oft da draufhämmern. Ja, vielleicht hat er sich jetzt hier. Nein. Wer bin ich? Er hat sich committed. Genau. Und da haben wir zumindest schon mal diesen besagten Key gerade. Äh, Crystal gerade. Und den Key auch. Der hat mich verwirrt. Genau. Das heißt, wir wollen jetzt das Guessing Game. starten. Und da fiel auch schon der Startschuss. Und ihr könnt ab jetzt eure Zahlen reinschreiben. Und wie gesagt, wenn eine Zahl doppelt kommt, kein Problem. Das kriegen dann alle Punkte. Der erste kriegt ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich kriegen alle Punkte. Wenn ihr korrigieren wollt, eine neue Zahl eingeben. Es wird die zuletzt von euch geschriebene Zahl gewertet. Vorausgesetzt, sie kommt vor dem Endsignal rein. Wir werden das Ganze beenden, sobald Ery, wir vermuten mal, der GT betritt. Damit dann niemand irgendwie seine Zahl noch anpasst und die ersten Thronenschuhe werfen. Ganz genau. Wir starten das Spiel, sobald der erste Spieler seinen siebten Crystal erreicht hat. Und wir beenden das Spiel, sobald der erste Spieler GT betritt. Deswegen sagte ich vermutlich Ery, weil wir gehen ja mal davon aus, dass Ery zuerst GT betreten wird. Es wäre schon erstaunlich, wenn Dibi jetzt zuerst nach GT käme, ja. Ja. Ja, vielleicht der Ruf des Schwertes. Vielleicht geht Ery noch auf Weltreise. Vielleicht macht er noch TR, ja. Eine Sache, die der Chat eben noch kurz angesprochen hat, wegen den Pfeilen. Man braucht ja in GT auch ein paar Pfeile. Und da in GT findet man nicht allzu viele Pfeile. Von daher hat Ery sich wahrscheinlich diese fünf Pfeile für GT aufgehoben. Für die Mimics. True story. Ja, Ery wird jetzt hier tatsächlich auch noch seine Silvers finden. Weil die beiden Checks, die nimmt er auf jeden Fall mit. Ach, guck mal, da hat er auch noch mal zehn Pfeile. Ja, perfekt gerüstet. Ja, Ery hat jetzt lieber statt den zehn Pfeilen lieber ein Schwert gehabt. Aber mit den Silvers ist er schon mal zufrieden. Das heißt, Master Sword Silverless ist schon mal nicht mehr zur Auswahl. Ja, und er wird jetzt hier Hochschuk Cale machen. Und Divi wird jetzt seinen letzten Tristan-Angriff nehmen. Ganz genau. Ja, Divi ist jetzt tatsächlich im echten Go-Mode, weil er kein Schwert mehr braucht. Von daher wird Divi sich über dieses Gottmeier dann durchaus auch freuen. Ja. Wobei, naja, freuen. Wir wissen, dass es ihm nichts bringt, weil Ery es genauso gemacht hat. Aber... Naja, es kann Divi schon was bringen, weil er einfach nicht viel Zeit in Maya verbraucht. Und wenn Ery jetzt hier in den GT zum Beispiel kein Schwert findet und nochmal woanders suchen muss, dann ist das für Divi schon echt ein Vorteil, dass Maya jetzt relativ schnell machen kann. Das stimmt natürlich. Divi weiß natürlich, dass er die Mütze ein bisschen verpasst hat. Und, ähm, ja, von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass er sich ein bisschen berein fühlt. Ery hingegen, der hat am Anfang die Flippers eine ganze Weile liegen lassen auf dem Pilz und hatte dann dadurch einiges nachzuholen. Ja. Genau, und damit wurde gerade das Spiel gestoppt. So, die Eins, da haben wir nur Bomben tatsächlich. Genau, die Eins ist hier die Fackel. Das ist der einzige Check, der nicht in der Chest ist, falls sich die Leute wundern. Genau, und die Fackel wird auch dann gezählt, wenn sie nur gesehen wird und wenn sie nicht eingesammelt wird. Genau. Ja, vor allem, von daher war das jetzt die Eins. So, zieht zwei, ein kleiner Schlüssel. Fünfzig Ruine. Zwanzig. Und nochmal zehnmal. Ja, Pfeile hat er jetzt genug. Ja, und da sehen wir jetzt einen, na, wir wissen noch nicht, ob es ein Dark Magician wird. Und dafür müsste er jetzt bis zu den Eisarmers durchgehen. Auf jeden Fall aus dem Star-Force-Raum rauszumirrern, sieht man immer häufiger. So, damit haben wir jetzt sieben Checks. Nur noch keinen Bickey. Während Divi hier sowas von im Go-Mode einfach nur durchgeht. Ja. Klar, also alles andere. Oh, wir sehen einen Teilroom-Gamble bei Ereor. Oh, das ist... Das ist interessant. Der Chat feiert so ein bisschen. Ja, der halbe Chat feiert, der andere Chat kann es nicht glauben. Genau. Oh, und wir sehen hier bei Divi einen, der schon etwas komplizierteren Dark Mooms, aber er hat es hinbekommen. Kompliziert deswegen, weil man muss diesen Sumaria-Block auf einen Schalter positionieren. Und diese kleinen Feuerbälle sind sehr gemein. Die schubsen dann nämlich auch noch im Raum hin und her. Ja, und den Block auf dem Schalter zu postieren, ist im Dunkeln nicht so ganz einfach. Es gibt da zwar diesen Trick, dass man bis nach unten ins der Wand laufen kann, sich direkt vor die Tür stellt, sich umdreht und dann gerade nach oben wirft. Aber die Theorie klingt immer so gut. Ja, da muss man die Tür im Dunkeln dann auch erst mal finden. Genau. Ich glaube, es gibt auch einen Trick mit unten links der Ecke und so, aber, ja. Ja, oder über die Schräge, der Raum ist oben abgeflacht, so ein bisschen. Genau. Es gibt Strategien, aber das heißt nicht, dass der Raum wirklich einfach ist. Nein. Nein. So. Tile Room war tatsächlich nur ein kleiner Schüssel. Die neun sind zehn Pfeile. Zehn, drei Bomben. Die elf noch mal drei Bomben. Die zwölf, zwanzig Rubine. Gut, damit bin ich für heute raus. Ja, ich habe wieder meinen üblichen Check, die zwölf, genommen. Ah, okay. Also eine feste Zahl. Ja. So, und Divi hat jetzt hier mit den Silvers natürlich bei dem Kampf ein bisschen Zeitvorteil gegen Eri. Eri, wollte ich sagen, Entschuldigung. Und die nutzte hier auch voll aus. Und da ist der Kampf direkt zu Ende. Ja. Das war deutlich schneller. Ja, und wie gesagt, wenn Eri jetzt hier tatsächlich im Keller von GT und auch am Weg nach oben kein Schwert findet und dann noch mal auf Suche gehen muss. Guck mal, da haben wir die 13. Und Eri geht tatsächlich weiter. Der braucht ja noch sein Schwert. Der macht noch weitere Checks hier. Naja, er hat keine Wahl. Also ohne Schwert geht's nicht. Das ist einfach... Naja, er könnte gambeln, dass oben in den vier Kisten ein Schwert liegt, aber das möchte er eigentlich auch nicht. Wie viele Checks hat er unten noch offen? Er hat jetzt noch die Big Chest und unten sind 23 Checks insgesamt. Er hat jetzt 14 gemacht. Das heißt, er hat jetzt noch neun. Noch neun über. Und oben sind vier. So, jetzt ist der Zeitpunkt, das Popcorn rauszuholen. Ja, und wie ich gerade gesagt habe, dieses Race ist noch nicht vorbei. Solange Eri ja hier unten kein Schwert findet, ist Divi voll im Race drin. Ja. Bisher hat Eri ja tatsächlich kein Schwert gefunden. Und Eri hat auf den Tile Room gesetzt. Gut, wenn sich Divi hinten fühlt, könnte er tatsächlich auch sagen, ich nehme den Tile Room mit. Das machen manche, weil sie wissen, dass andere den eher skippen. Das ist dann so ein bisschen... Ja, vor allem... Vor allem, wenn Divi jetzt full left geht, wird er relativ schnell an den Biki kommen. Ja. Also, Eri ist in Starforce Room gegangen und hat dann die komplette rechte Seite gemacht, inklusive Tile Room. Wenn Divi sich die komplette rechte Seite sparen kann, dann wird das hier durchaus ein bisschen eng. Weil Divi ist jetzt hier gleich schon im GT. Und wenn Eri jetzt hier noch die Eisarmers macht und auch auf dem Weg nach oben noch alle Kisten checkt, also, das wird hier immer enger. Die Frage ist, und das kann ich gar nicht wirklich beurteilen, gebe ich zu, und Eri muss ein bisschen aufpassen, dass er mit seinem Leben nicht... nicht noch... Oh, weia. Oh! Das tut jetzt echt weh, weil... Oh! Jetzt kommt es ganz stark drauf an, Divi routet. Also, ja, ich wollte eigentlich nur gerade sagen, die Frage ist, ob Eri direkt nach oben geht. Er geht direkt nach oben. Ja, ja, jetzt geht er direkt nach oben. Jetzt hat er unten nur noch vier Checks übrig, nämlich Bobs Chest und Eisarmers. Jetzt hat er oben genauso viele Checks wie unten. Jetzt muss er hochgehen. Ja, und der Chat sagt zwar gerade, der Bombjump da ist relativ einfach. Ja, das stimmt, aber wir dürfen nicht vergessen, die sind hier in einem Race. Die sind gedanklich natürlich voll angespannt. Und da kann es sein, dass die Konzentration einfach nicht ausreicht, obwohl hier die Positionierung nicht ganz so knifflig ist wie an manch anderer Stelle. Ja, und der Situation, was jetzt nicht unbedingt die Positionierung ist, war einfach auch gleichzeitig der Fakt, dass Eri einfach wenig Herzen hatte. Das kommt dazu. Und dieses Piepen kann ein ganz schöner Wissen machen. Oh, aber Divi wird auch alles rechnen. Aber sieht aus, als würde auch Divi hier rausgehen wollen. Ja, okay. Ja gut, aber tatsächlich, wenn Eri jetzt hier in diesen vier Kisten hier oben kein Schwert findet, ist Divi immer noch im Rennen. Weil ich gehe nicht davon aus, dass Divi jetzt hier in den Tile-Room macht. Da ist er wieder ein bisschen Zeit aufholen. Und, ähm... Aber er will right side zumindest deutlich weitergehen, ne? Nee, das sieht nicht so aus. Er holt sich, also weitergehen ja, aber nicht in den Tile-Room machen. Er holt die Fire-Rot raus. Kein Item, um sich zu verstecken, genau. Das Schlechteste für Divi wäre jetzt tatsächlich, wenn er jetzt full right side machen würde. Also jetzt hier ein bisschen Eisarmers durchgehen würde. Was, ähm... Man schon gesehen hat. Ja. Na gut, wobei das heißt... Ja, das Schlechteste für Divi genau. Das Beste für Eri wäre, wenn hier auf dem Weg tatsächlich noch ein Schwert liegt. Ja, um... Oh nein, und Eri schlüpft schon wieder. Oh, 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 oh. Okay. Oha. Jetzt wird's wirklich interessant. Das ist einfach mit der Konzentration und der Anspannung... Und Divi geht full right side. Oder holt sich hier nur den kleinen Schlüssel. Nee, er hat den Spiegel nicht rausgeholt. Achso, er hat... Nee, 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 stimmt. Ja, also er geht jetzt hier full right. Das heißt, er wird den Biki sehr spät finden. Boah, dieses Rennen wird immer spannender, weil... Boah, wir sehen hier alle Möglichkeiten. Sobald Eri ja hier oben in den vier Kisten kein Schwert findet... Und weißt du, so wie ich diesen Seed erlebe, wird Divi jetzt hier unten tatsächlich ein Schwert finden. Aber jetzt hat Divi... Ah, nee, er resettet den Raum, statt einfach zu sagen, es soll nicht sein. Ja, also... Drei Anläufe. Ich sag mal so, Divi wird jetzt hier unten hinter Eisarmus ein Schwert finden. Was Eri ja durch seinen Tod verpasst hat. So wird's sein. Okay, der Hellseher hat gesprochen. Ja, ich... Naja, mit dem Biki habe ich auch nur einen daneben gelegen. Ich habe die zwölf getippt, das war die dreizehn, also... Also, wo wir uns alle einig sind. Das, was wir hier sehen, ist wirklich extrem schön anzusehen. Beide Runner machen tolle Sachen. Also, wenn es euch gefällt, dann folgt doch den beiden Runnern. Darüber freuen sie sich sehr. Denn, äh, auch wenn jemand heute ausscheidet und dann im Turnier weitermacht... Die beiden machen quasi... Nicht non-stop, aber schon sehr oft Randomizer. Und man kann ihn dabei auch gerne immer mal zusehen. Auch wenn es kein Turnier ist. Ja, und beide zeigen auch definitiv, dass sie hier völlig zurecht immerhin im Viertelfinale sind. Ja, also... Absolut. Beide zeigen hier echt hochklassiges Rendo. Ähm... Ja. Ja. Dass sich da mal so ein paar Sachen einschleichen, wie mal so ein Tod hier oder da... Ähm, das ist absolut normal. Das macht einfach auch die Anspannung hier. Es ist immerhin ein Raze. Und es geht hier um was. Und du hast recht, Gibi, finde ich dein Schwert. Ich war hier gleich vor dem Stuhl. Ich bin... Oh mein Gott. Vielleicht sollte ich dir morgen oder am Mittwoch tatsächlich mal Lotto spielen. Du musst dir heute aufschreiben, welche Zahlen es sein sollen, bevor einer der beiden den Sieg beendet. Du musst dir jetzt Zahlen aufschreiben. Ganz dringend. Ja, aber ganz ehrlich, das ist gerade echt bescheiden für Erior. Oh mein Gott. Das bedeutet nämlich, dass hier oben das nur noch ein Schwert irgendwo ist, von dem wir nichts wissen. Aber wir haben noch Thrun vor uns in GT. Es könnte auch sein, dass... Natürlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt deutlich geringer als vorher. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Aber wir sind im Rando und es ist immer alles möglich. Es ist möglich, aber mittlerweile gehe ich tatsächlich davon aus, dass hier oben kein Schwert ist für Erior. Und Divi ist jetzt auch auf dem Weg nach oben bereits. Ja, und Divi ist absolut im Go-Mod. Der hat sogar das Temper-Schwert jetzt. Ja. Das heißt, selbst wenn Eri... Ne, das stimmt nicht. Doch, doch. Selbst wenn Eri jetzt sein Schwert findet, könnte Divi noch Zeit bei ganz... Selber rauskommen, weil es einfacher ist. Oh Gott. Sag das nicht. Sag das nicht. Wir heben diesen Fluch auf. Das wünschen wir keinem, Daron. Nein, also wünschen tut man das keinem. Aber nach diesem Seed heute wundert mich gar nichts mehr. Oh mein Gott. Ja, aber das sind die Höhen und Tiefen von Rando. Ja, absolut. Und wir lieben es. So, eine Chance noch für Erior. Ich habe schon wieder irgendwas von Runterfallen gesagt, oder? Was? Ach, hey. Ich sollte vielleicht tatsächlich aufhören zu kommentieren, also... Ja. 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 Nun ist er aber besiegt. Und wir werden sehen, was in der letzten Chest liegt. Nur 300 Robine. Ja. Also was Erior jetzt machen wird, ist höchstwahrscheinlich, sehen wir jetzt auch Aga 2 und danach das Schwert suchen gehen. Er hat nur ein Problem, ähm, er wird unten auf der Pyramide landen, das heißt, er kann nicht wieder nach GT reingehen, um unten die Eisarmerschecks zu machen, sondern er wird erstmal komplett überall anders suchen. Wo langt das andere Schwert? Wir müssen praktisch hoffen, dass es sofort zur Magic Bat geht. Ach genau, die Magic Bat. Wo das andere Schwert lag. Ja. Aber das ist für ihn, ja, checkt er eigentlich nur mit. Wobei, hat er nicht noch den Schmied und sowas? Ja, klar, aber, boah, aber das waren zwei sehr schöne Tripple hier. Also der gibt hier gerade richtig Gas. Also wie gesagt, wir sehen heute wirklich, ich staune, es ist wirklich super spannend und es ist auch spannend, weil beide Runner hier auf unglaublich hohem Niveau performen. Ich werde gleich mal selber prüfen, ob ich schon beide folge. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Ja, also es ist, äh, jetzt wird es wirklich echt interessant. Wir wissen, wo das dritte Schwert liegt, das ist Magic Bat. Ähm, wenn er ja da jetzt schnell hingeht, wobei er checkt jetzt erstmal eine Pyramide, das haben wir nicht gesehen. Na gut, da ist er jetzt ja gerade, weil die Pyramide ist ja ja wirklich gerade um die Ecke. Genau. Ähm, ich, ja und jetzt, was macht er jetzt? Geht er noch Escape? Nee, da war er schon. Ähm, ja. Er fliegt erstmal irgendwo hin. Also wenn er jetzt sofort als allererstes die Magic Bat macht, dann wird's echt eng. Aber wenn er nicht als allererstes die Magic Bat macht... Also er ist schon mal in der Nähe. Ja, ja. Er geht hier in die Dark World. Das sieht schon mal völlig so aus, als würde er... Er wird jetzt den Schmied holen, ähm, zuerst. Dann wird er die Hammerpacks machen, äh, Schmied abgeben und in die Kiste nehmen und erst dann wird er zu Magic Bat gehen. Und das dauert zu lange. Ja, das ist schon relativ viel Zeit, die Apollon geht. Ja, ja. Das dauert einfach zu lange. Und dann hat Divi ja jetzt auch das Tempered Sword, hat also auch dann noch einen Schwertvorteil. Also Erior müsste noch vor Divi bei, äh, bei Ganon sein. Und das wird jetzt gerade echt kaum zu schaffen sein. Zumal Divi gerade auf den Trolldorm. Oh! Ich hab einen Moment gedacht, Erior geht sofort rüber. Ja, nee, da ist er glaube ich nur der Wache ausgewichen. Ja, ja, trotzdem, ich hab einen Moment gedacht, er macht jetzt das Big Brain Play und geht sofort direkt nach rechts. Aber nein, wie ich gesagt hab, er holt erst den Schmied. Also wer jetzt noch Fingernägel hat, hat gute Nerven. Wollte gerade sagen, mit Glück lässt er jetzt die Hammerpacks erstmal liegen, aber nein. Nein. Und auch die sind natürlich ohne Boots. Das dauert einfach. Ah, ja, 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 ja. Gut, aber Divi liefert jetzt seinen Aga 2 ab. Und, ähm... Ich sag dir eins, ich kann mir sogar durchaus, äh, vorstellen, dass Divi möglicherweise hier, ähm, hier auch die Magic Blade jetzt liegen lässt. Und einfach mit der Purple Chest weg, wegfliegt. Ja, nee, also... Jetzt müsste Divi runterfallen. Also, ich kann mir das... Ja, genau, ich könnte mir das vorstellen, andererseits ist er jetzt wirklich hier um die Ecke. Ja, 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 also... Er wird das jetzt gleich abholen, das, äh... Och, guck dir das an! Da haben die Schmieden das Schwert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt... Oh. Okay. Ich meine, er hat trotzdem, glaube ich, keine Chance mehr, das zu schaffen. Weil er ja jetzt noch hin muss zur Pyramide. Genau, er muss jetzt noch hin zur Pyramide. Und Divi hat ein besseres Schwert, das macht es einfacher, weil er muss immer noch... Also, Eri müsste mit Spin-Attacken treffen, Divi kann einfach so drauf hämmern, was das Zeug hält, was wir hier auch gerade sehen. Naja, dafür... Also, wenn Divi jetzt nicht fällt... Dafür hat Divi keine Lampe, also wenn Divi hier ein Magieproblem bekommt... Divi hat keine Lampe! Divi hat aber, glaube ich, Tränke gekauft zuhauf, oder? Da sehe ich eine von drei leeren Flaschen. Die musste er vorher trinken, glaube ich. Aber er hat eingekauft zwischendurch, ja. Ja, ja. Oh mein Gott. Ich glaube, er müsste noch genug Potions haben. Okay. Dieses Waze ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Schnell, schreib dir doch deine Lottozahlen auf. Nee, also Divi wird jetzt hier nicht fallen. Das glaube ich tatsächlich nicht. Nee, fallen nicht. Oh Gott, ich habe an die Magie gar nicht gedacht. Du hast recht. Er hat dir die Lampe bis zum Schluss nicht abgeholt. Ja, aber guck mal, er hat jetzt schon den ersten Silberpfeil drin. Und, äh... Ja. Ich bin ja auch häufig der Meinung, dass es tatsächlich, wenn man die Silbers hat, manchmal tatsächlich besser ist, den Torch Lich nicht zu nehmen. Aber... So, aber jetzt... Ja. Okay. Also, wie gesagt, das klang jetzt alle so, als würde ich hier alles auf Glück aufbauen. Aber Divi hat hier völlig verdient gewonnen. Er hat einen super Race abgelegt. Ja, absolut. Auch Eri hat super gut performt. Und also, wie gesagt, zeigt doch beiden eure Unterstützung und folgt ihnen. Ich werde es nach diesem Rennen auf jeden Fall tun. Ja. Es ist sehenswert. Und da auf jeden Fall Gigi Divi. Er hat es geschafft. Und, äh, ja. Erior, das schreibt der Chat auch gerade, der wird sich gleich richtig ärgern. Oder er wird sich nicht hier ärgern. Ein Schwert unten im Keller von Gigi durch seinen Tod verpasst. Und dann muss er noch aufpassen, dass er hier nicht gleich stirbt. Er ist schon wieder sehr knapp unterwegs. Und diese Feuerbälle können richtig wehtun. Ja. Ja. Ich hätte dir sagen sollen, es tut mir so so leid. Aber guck mal, er hat noch eine Fee übrig. Also, er wusste, dass er ein bisschen Risiko gehen kann. Äh. Ja. Das ist, also... Aber ein großartiges Rennen. Super, super schön anzusehen. Absolut. Und das war auch ein großartiges Rennen von beiden. Ja. Man darf immer nicht vergessen, natürlich war mal die ein oder andere Entscheidung von dem einen oder anderen besser. Aber wäre der eine in der Ausführung deutlich schlechter als der andere, hätte das nichts ausgemacht. Und hier waren beide ständig gleich auf, weil die Ausführung wirklich on point war. Das ist wirklich... Ja. Ja. Und im Endeffekt hat R dann einfach ein bisschen Pech gehabt mit diesem Bomb-Jump in GT. Das, ja, hätte der geklappt. Dann hätte er da sein Schwert gefunden. und dann hätte es wahrscheinlich gereicht. Ja. Oh, ja, okay. Aber er hat Ferries. Er hat genug Ferries, ja. Ah, und ich habe gerade, glaube ich, richtig gehört, dass wir jetzt... Ich gehe davon aus... Nee, einen Divi sehe ich jetzt hier tatsächlich noch nicht. Nee, einen Divi sehe ich nicht. Zum Interview. Aber jetzt hat es Ereor jetzt hier tatsächlich auch geschafft. Muss jetzt nur noch die Brücke überqueren. Genau. Also bitte auch natürlich ein GG für Eri. Großartig gemacht. Wirklich großartig gemacht. Ja. Super schön anzusehen. Ereor haben wir jetzt hier tatsächlich auch zum Interview. GG ist Ereor. Okay. Ja, gut. Das war ein bisschen wild. Ja, das war, also... Du hast tatsächlich, also... Das eine Schwert im Keller von GT, das ist natürlich unglücklich. Und das vierte Schwert hat auf der Magic Bat gelegen. Ja, ich habe schon gelesen. Also ich habe natürlich mit dem Divi geredet, also geschrieben darüber. Ja, das ist ein bisschen unglücklich, aber gut. Und ja, das war meine eigene Fehler. Also auch den Death in Gauntlet. Ja, solange die passieren. Aber GT ist an Divi jetzt wirklich gut gespielt. Und ja, gut. Kommt passieren. Ja, aber man kann auch nicht sagen, dass du jetzt schlecht gespielt hast. Ich meine, ja, na klar, die beiden Tode in GT, beides ein bisschen unglücklich gewesen, aber das kann absolut passieren. Und auch dein Routing. Also ich habe es irgendwann mal gesagt, ich glaube, als du Ether in Ice Palace gefunden hast, dass du bis dahin den Seed ziemlich gegot-routet hast. Ja, absolut, ja. Ja, das war 70 Minuten richtig gut. Und dann GT. Ja, gut. Ja, und im Prinzip warst du in GT auch auf der God-Rout, weil du ja durchgegangen bist. Du hättest dein Master Sword in GT gefunden, wenn du da nicht gestorben wärst. Also eigentlich warst du voll auf der God-Rout. Ja, eigentlich schon. Also Routing-wise war ich sehr zufrieden, dass da wirklich kein Problem. Ja, und auch von der Ausführung. Also es war, die Boss-Files waren super schön anzusehen. Der Aga 2 war beeindruckend. Ja, natürlich. Und das, was passiert dann mit dem. Ich glaube, macht White-E-Source Aga 2 viel einfacher. Ich bin gerade nur ein bisschen irritiert. Ob Divi gar nicht kommen möchte, hat er etwas gesagt? Er macht nicht so gerne Interviews. Ach so, ja. Also ich werde auch nicht so lange da bleiben. Nee, also wir wollen niemanden zwingen, nur wir wollen niemanden übersehen. Darum geht's. Ja, alles gut. Ist ja auch spät. Ich habe Divi auch gerade eben kurz schon im Chat gesehen. Ah, okay. Und wir haben ja auch noch ein Parallel-Race, was noch läuft. Ja, genau. Wir wollen euch gar nicht so lange davon abhalten, noch zum anderen Highlight dieses Abends dann quasi zu wechseln. Aber ja. Ja, aber eine kleine Frage muss natürlich jetzt noch sein. Ergo, du hast es jetzt tatsächlich dann doch ins Halbfinale geschafft. und da wartet jetzt kein geringer als Talana auf dich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hast du gerade Irior gesagt? Ja. Ja, aber auch nicht. Ich darf nicht warten. Warte, warte. Siehste, ich bin schon so völlig fertig von diesem Seat, dass ich glaube ich, oh mein Gott. Ich habe gerade auch überlegt, Moment. Ja, sorry, ich bin gerade völlig fertig. Wie komme ich jetzt drauf? Oh, sorry, sorry. Ich bin gerade völlig... Ich würde gerne in den Halbfinale spielen, aber Divi hat das doch nicht mehr verdient. Ja, ja. Man sieht schon, ich bin also... Ich habe es mal wieder völlig verbaselt heute. Ja, aber Divi im Chat, vielleicht kannst du noch kurz was sagen. Er sagt es schon, dass er gerade für die Klausur am Montag lernt. Also dafür drücken wir jetzt auch schon mal die Daumen. Ja. Ich nehme dann mal an, dass wir vor Montag dann kein Race gegen Talane sehen werden. Nein, Real Life geht vor und das ist auch immer gut so. Ja, ich entschuldige mich sehr. Ich bin mittlerweile, was, 19 Stunden auf den Beinen. Also das, irgendwann ist man dann auch mal so müde, dass man nicht mehr denken kann. Ah, dabei hat er ihn doch dieses Rennen richtig wach gemacht. Jetzt möchte man noch selber den nächsten Seat anmachen und genauso geil spielen wie die beiden. Ohne Wurz? Nein, danke. Ich war fast eingeschlafen am Ende. Das war natürlich der Grund, dass ich zweimal totgegangen bin. Ja, ohne Boots vor allem. Ich hatte schon zwischenzüglich die Befürchtung geäußert, am Ende brauchen wir Boots nur für GT, weil es auf der Fackel liegt oder so, der Biki. Aber das ist ja zum Glück nicht eingetreten. Ja, ja. Genau. Aber dann würde ich mal vorschlagen, dass wir jetzt hier mal Schluss machen. Wir haben ja wie gesagt noch das Parallel-Race zwischen Kato und Jaga. Da geht es dann um den letzten Platz im Halbfinale. Nur kurz als Info, wir wissen demnoch, dass Divi jetzt gegen Talane spielen wird und wer immer das andere Race gewinnen wird, wird dann gegen Illus antreten, aber für beide Rennen haben wir noch keine Termine. Wenn ihr da mal gerne selber so reden wollt, wie wir jetzt hier und euch schlapplachen wollt oder Tracker machen wollt, nochmal ganz, ganz, ganz vielen Dank an dieser Stelle an unseren Tracker, der einen super Job gemacht hat. Roti, wirklich vielen Dank. Dann kommt zu uns auf den Discord. Wir freuen uns immer und ihr könnt auch als absolute bootige Anfänger vorbeikommen. Super nette Menschen. Es werden alle Fragen beantworten. Genau. Und wenn man als Anfänger kommentieren will, dann kriegt man auch immer jemanden Erfahrenen beiseite gestellt. das verhindert nicht, dass man dann so einen Unsinn redet wie ich gerade eben. Aber, ja. Genau. Gut. Wie gesagt, auf Speedgaming Deutsch 2 läuft gerade das Race zwischen Kato und Jager. Sind gerade so knapp 40 Minuten drin. Von daher würde ich empfehlen, da einfach nochmal rüber zu gehen. Ist auch ein Race 3. Und wie gesagt, da entscheidet sich der letzte Halbfinalist und von daher ich möchte mich ganz herzlich noch bei Divi und bei Erior bedanken für das absolut super tolle Race. Wir haben ja einen Spaß gehabt wie selten zuvor und es war echt super spannend. Ja, war wirklich klasse. Vielen Dank. An euch beide. Ja, danke für das Kommentieren und so. Es war ein ganz schönes Turnier. Hat wirklich Spaß gemacht und ja, hoffentlich nächstes Mal wieder. Das ist eine super gute Einstellung. Ich freue mich schon drauf. Ich mich auch, ja. Ja, wie Dien schon gesagt hat, auch an den Checker herzliches Danke und natürlich Dien auch dir. Es war mir ein Fest heute Abend. Hat echt Spaß gemacht mit dir. Das kann ich nur so zurückgeben. Vielen Dank. Ja, und dann würde ich sagen, allen noch einen schönen Abend und bis gleich auf Speed Gaming Deutsch 2, wo wir uns dann alle wiedersehen. Aber sowas von. Bis zum nächsten Mal.